Ja, Lieben, es ist so ein Segen, auch heute wieder über Gottes Wort nachzudenken und sein kostbares Wort zu hören. Und mich würde interessieren, wer ist denn heute zum ersten Mal in einer Gemeinde? Gibt es Angehörige oder Freunde oder ist das für euch nicht das erste Mal? Wer zum ersten Mal da ist, gerade kurz mal die Hand heben. In der Tat, also herzlich willkommen. Schön, dass wir auch mal einen Blick. Auch mal einen Blick in die Gemeinde werft und wir wollen jetzt auf das Wort Gottes hören. Die Bibel, wir glauben daran, dass das das offenbarte Wort Gottes ist, was eben nicht von Menschen kommt, auch wenn Menschen es geschrieben haben, aber wir wissen, so sagt uns Gottes Wort ist, dass die Menschen durch den Geist Gottes das niedergeschrieben haben, was sie vom Herrn empfangen haben und dass keine Weissagung aus menschlichem Gutdünken erfolgte. Und insofern wollen wir jetzt Gottes heiliges Wort auch aufschlagen und darüber nachdenken. Und hier, wie wir heute schon gehört haben, wir neun Menschen, die sich taufen lassen, die Teil der Gemeinde werden. Und so möchte ich die Gelegenheit heute nutzen, auch mit uns über Gemeinde als solches nachzudenken. Was ist Gemeinde eigentlich? Gehen wir in die Gemeinde? Ist das das Gebäude? Ist das das Grundstück, das es ausmacht? Ist die Gemeinde vielleicht nur für emotional Schwache, die Hilfe brauchen, die nicht alleine klarkommen im Leben? Ist es eine Diakonie mit sozialer Ader? Aber was wir heute hören werden, ist, dass Gemeinde etwas ist, was der allmächtige Gott sich ausgedacht hat. Und unser Verständnis über Gemeinde ist entscheidend für den Umgang mit der Gemeinde. Was denkst du also über Gemeinde? Und das Ziel dieser Predigt ist, dass wir heute neu verstehen, dass die Gemeinde keine irdische Organisation ist, sondern göttliches Unikat auf Planet Erde. Lass uns Gottes Wort aufschlagen. Matthäus, Kapitel 16, den Vers 18. Es gibt in den vier Evangelien genau zwei Verse, wo Jesus das Wort Gemeinde in den Mund nimmt. Und insofern sollten wir diesen beiden Versen, die unter den Tausenden, ich glaube es sind über tausend Verse in den Evangelien, und genau diese zwei sollten unser voller, voller Aufmerksamkeit auch haben, weil in diesen zwei Versen Jesus Entscheidendes über die Gemeinde sagt. Wir werden heute Matthäus 16, Vers 18 studieren und darin vier Merkmale sehen, warum Gemeinde göttliches Unikat auf Planet Erde ist. Der zweite Vers steht in Matthäus, Kapitel 18, Vers 17. Da beschreibt Jesus die Autorität der Gemeinde auf der Erde. Aber wir widmen heute unsere Aufmerksamkeit dem Kapitel 16, Vers 18. Und ich würde gerne noch mit uns ins Gebet gehen. Herr Jesus, wenn wir jetzt dein Wort studieren, dann mögest du unsere Herzen aufschließen, Herr Jesus, damit wir deine kostbare Wahrheit, die du uns in deinem Wort offenbart hast, verstehen. Herr, das Ausmaß und die Tragweite deiner Idee von Gemeinde. Herr, danke, dass wir dein Wort haben und darin verstehen dürfen, was dein göttlicher Plan ist. So, wirke doch du jetzt auch durch deinen Heiligen Geist und schenke, dass die Denkmuster, die wir über Gemeinde haben, auch heute neu kalibriert werden. Zu deiner Ehre, Jesus. Amen. Matthäus 16, Vers 18. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Ich möchte gerne vier Merkmale der Gemeinde mit uns heute durchgehen. Das eine ist, Jesus ist das Fundament der Gemeinde. Das zweite ist, Jesus ist der Eigentümer der Gemeinde. Das dritte Merkmal, Jesus ist der Erbauer der Gemeinde. Und das vierte Merkmal, Jesus führt seine Gemeinde in die Ewigkeit. Jesus fängt hier an mit einer entscheidenden Aussage. In diesem Vers, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und der flüchtige Leser, der könnte jetzt hier meinen, dass Jesus seine Gemeinde auf Petrus baut. So wie Jesus das hier formuliert, könnte diese Interpretation herangezogen werden. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Lieben, wenn man das Leben von Petrus anschaut, dann muss man zu der Erkenntnis kommen, dass Petrus nicht das Fundament sein kann. Er hat im Laufe seines Lebens mehrere fatale Fehler begangen. Er hat Jesus verleugnet. Er hat Jesus durch ein massives Fehlverhalten auch 15 Jahre oder 20 Jahre, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, auch beschämt. Dadurch, dass er Heuchelei betrieben hat, was wir in Galater lesen. Insofern müssen wir zu der Erkenntnis kommen. Und das Studium der gesamten Schrift führt uns auch zu dem Ergebnis, dass nicht Petrus der Fels der Gemeinde und das Fundament der Gemeinde ist, sondern dass Jesus selbst dieses Fundament ist, so wie wir es auch in 1. Korinther 3, Vers 11 lesen. Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus. Also Jesus Christus ist selbst das Fundament. Es steht außer Frage, dass Petrus einen bedeutenden Einfluss auch gerade am Anfang der Gemeinde hatte, durch seine vollmächtigen und gewaltigen Predigten, die wir in der Apostelgeschichte auch sehen. Aber wenn man sich auch den Urtext anschaut und diesen Satz studiert, du bist Petrus, auf diesen Felsen baut Jesus die Gemeinde, dann wird deutlich, dass das auch so ein kleines Wortspiel ist, was Jesus hier verwendet und die Schlachterübersetzung hat hier eine tolle Fußnote auch. Petrus ist nämlich ein kleiner Stein, während der Fels, das Wort für Felsen, was Jesus hier verwendet, ein anderes ist, nämlich Petra und was ein entscheidendes und unverrückbares Felsmassiv ist. Also Petrus, der kleine Stein im Urtext Petros und der Fels, den Jesus hier verwendet, ist Petra, sodass Jesus hier nichts anderes sagt, als du bist Petros, der kleine Stein, aber auf den Petra, das massiv, das unverrückte Felsfundament, darauf will ich meine Gemeinde bauen. Und das wird auch deutlich, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, wie wunderbar Jesus die Gemeinde auch auf sein eigenes Fundament gebaut hat. Er ist der Eckstein und das ist so kostbar auch für unsere Zeit, ihr lieben Teuflinge, die ihr euch auch heute taufen lasst. Unser Leben ist ja so instabil, so fragil. Ich war mal auf, als kleiner Teenie hatte ich mit meinen Cousins einen Ausflug gemacht im Winter an einen See. Und ihr wisst, das Erste, was man macht, wenn der See zugefroren ist, man geht drauf. Und die Story, die erzähle ich jetzt hier das erste Mal, also meine Eltern, die kennen die auch noch nicht. Aber es war ein waghalsiges Experiment, was wir damals gemacht haben, es war so knapp unter 0 Grad. Und so sind wir eben auf diesem See gegangen am Ufer, alles unkritisch ist bekannt, da friert der See als erstes zu, aber in der Mitte des Sees, und wir wissen, das Wasser ist ein großer Wärmespeicher, dort ist die Eisdecke ziemlich dünn. Und so sind wir ziemlich weit rausgegangen und plötzlich hat es angefangen zu knacksen. Meine Cousins und ich haben Panik bekommen. Heute wissen wir natürlich, das Schlimmste, was man machen kann, ist zu rennen und so Kraftstöße auf das dünne Eis. Aber Gott hat uns bewahrt, was so wunderbar ist, denn er hatte auch einen Plan für unser aller Leben und hat uns da unser Leben quasi verlängert, wofür ich dem Herrn sehr dankbar ist. Aber was uns das zeigt, ihr Lieben, unser Leben ist eben nicht wie ein festes Fundament, sondern unser Leben ist fragil. Und das kann so schnell zu Ende sein, ihr Lieben. Wenn eine Krankheit kommt, wenn man die Arbeitsstelle verliert, aber wir dürfen wissen, als Teil der Gemeinde, zu der ihr auch heute feierlich hinzugefügt werdet durch das öffentliche Bekenntnis eurer Taufe, steht euer Leben auf einem festen Fundament, auf einem Felsmassiv, auf einem göttlichen Fundament. Und so ist die Gemeinde die stabilste Einrichtung auf Planet Erde. Vergiss alle Sicherheitsbunker, die es auf dieser Erde gibt, alle großen Gebäude, die auf noch so dicken Fundamenten stehen. Sie werden irgendwann einstürzen. Aber die Gemeinde steht auf einem göttlichen Fundament, was alle Zeiten der Not überdauert. Das sehen wir in der Bibel. Gott hat sein Volk immer durchgetragen, ihr Lieben. Wenn wir ins Buch Esther schauen, wo die Juden ausgerottet werden sollten, in der Apostelgeschichte sehen wir, die Gemeinde wurde verfolgt. Gläubige wurden getötet. Gläubige wurden bedrängt. Aber einer hat gesagt, wenn dieses Werk von Gott ist, so kann kein Mensch es zerstören. Und das ist Gemeinde. Und bis heute überdauert die Gemeinde alle Anfechtungen und alle Versuchungen. So dürft auch ihr wissen, ihr Lieben, ihr seid auf einem festen göttlichen Fundament gegründet. Jesus geht weiter und er sagt hier, du bist Petrus, auf diesen Felsen, also auf Christus selbst, will ich meine Gemeinde bauen. Das zweite Merkmal, was wir hier sehen, ist ein kleines Wörtchen, aber eine immense Bedeutung, wo Jesus sagt, meine Gemeinde. Meine Gemeinde. Und das ist so eine kostbare Wahrheit, ihr Lieben. Die Gemeinde ist Eigentum Jesu Christi. Die Gemeinde wurde von Jesus erkauft. Und er hat das exklusive Eigentumsrecht an seiner Gemeinde. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die er erlöst hat. Jesus selbst hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja, Jesus hat sein Leben gegeben, um die Gemeinde zu erkaufen. Wir wissen aus 1. Chronik 29, dass alles, was im Himmel und auf der Erde ist, sowieso Gott gehört. Aber was ist der Unterschied zur Gemeinde, ihr Lieben? Die Gemeinde ist für die Ewigkeit erkauft. Himmel und Erde werden vergehen. Aber die Gemeinde existiert bis in Ewigkeit. Warum? Weil Jesus sie erlöst hat. Von der Vergänglichkeit und von dem Fluch der Sünde. Und so dürfen wir wissen, die Gemeinde ist erkauft durch das Blut Jesu Christi. Und hier müssen wir die Frage stellen, ja, was gibt es denn Kostbares auf der Erde, was so einen immensen Preis rechtfertigt? Was gibt es Kostbares, dass es sogar den Sohn Gottes selbst nicht für zu schade hält, sein Leben zu geben? Und ihr Lieben, das ist so eine menschliche Denkweise, dass wir immer glauben, ein hoher Preis muss nur dann bezahlt werden, wenn ich auch etwas Wertvolles dafür bekomme. Das ist so ein Leistungsdenken, von dem wir Menschen infiziert sind. Ich gebe nur so viel, wie ich denke, dass es wert ist. Ja, wonach schauen wir, wenn wir shoppen gehen? Nach den Produkten, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben, oder? Ihr Lieben, Gott ist so anders. Was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, dass er nicht gekommen ist, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder zur Buße. Ja, gerade diejenigen, die vielleicht keinen Wert haben, gerade diejenigen, die meinen, mein Leben ist in Trümmern und ich habe eigentlich nichts zu bieten, gerade die, für die ist Jesus gekommen, um sie zu retten und sie zu erkaufen. Und warum? Ja, um ihnen neues Leben zu schenken. Jesus nimmt das Alte, das Kaputtene, ja, das, wo die Menschen glauben, sie sind total wertlos, dieser Abschaum der Erde. Gerade dafür kam Jesus und zieht diese Menschen zu sich und schenkt ihnen ein neues Leben. Ja, wir kommen mit unserer Schuld, ihr Lieben, mit unserer Sünde. Und aus dieser Perspektive ist die Gemeinde Gottes eigentlich ein riesiges Verlustgeschäft. Gott geht es nicht darum, Gewinn zu machen oder Profit. Nein, wir kommen mit unseren Schulden und uns werden die Schulden vergeben. Das müsste ich mal meiner Bank erzählen. Dass sie Leute annimmt, Kunden annimmt mit einem riesen Schuldenberg und ihnen einfach die Schuld erlässt. Aber das ist in der Gemeinde möglich, ihr Lieben. Menschen mit einem riesen Mount Everest an Schulden kommen zu Jesus mit einem kaputten Leben und sie bekommen ein neues. Warum? Ja, weil Jesus in den Tod gegangen ist und an deiner und meiner Stelle gestorben ist und uns sein neues Leben schenkt. So auch ihr, ihr Lieben. Wir haben eure Zeugnisse gehört und wir haben Einblicke davon bekommen, wie Christus euch neues Leben geschenkt hat. Wie er euch von Grund auf neu gemacht hat und euch die Schuld vergeben hat. Ich brauche ein kleines Bonbon, sorry. Und wir lesen in Römer 6, Vers 4. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, wo auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und das ist die Herrlichkeit des Evangeliums, ihr Lieben. Uns wurde neues Leben geschenkt, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil Christus uns liebt. Weil Christus euch liebt. Und so ist die Gemeinde eine Ansammlung an Menschen, Ekklesia, die Herausgerufenen, die aus dem Tod herausgerufen sind, neues Leben empfangen haben und nun überflutet wurden mit der Liebe Gottes. Gemeinde ist der kostbarste Wert auf auf dieser Erde. Der kostbarste Ort, ihr Lieben, wo die Gläubigen nicht lieber zusammenkommen wie sonst irgendwo, weil die Liebe Gottes hier pulsiert. Die Liebe Gottes. Ja, Jesus selbst ist anwesend in der Gemeinde und sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und deswegen lieben Gläubige auch die Gemeinschaft mit der Gemeinde, weil sie so herrlich ist. Weil wir einander lieben, so wie Christus uns geliebt hat. Weil wir nicht leistungsorientiert sind, ihr Lieben. Sondern wir tun Gutes, auch wenn uns nicht Gutes getan wird. Wir lieben, auch wenn wir nicht geliebt werden. Wir vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Das ist das neue Leben in Christus. Und deswegen ist die Gemeinde einzigartig und der wertvollste Erd auf Planet Erde. Und für Gläubige gibt es keinen anderen Ort, der anziehender und wunderbarer ist. Und wenn Gläubige zusammenkommen, dann sollte das für Staunen sorgen, auch bei denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Ja, weil hier eben nicht dieses Leistungsdenken existiert, sondern die Liebe Gottes. So lasst doch auch ihr euch, wenn ihr jetzt Teil der Gemeinde seid, ihr lieben Teuflinge, vergesst niemals, wie sehr ihr beschenkt wurdet. Vergesst niemals, wie überreich ihr begnadigt wurdet. Denn das ist der Antrieb für alles Leben in der Gemeinde. So dass auch ihr eure wunderbaren Fähigkeiten, die Gott euch gibt, hier einbringen könnt und den anderen auch dienen könnt im täglichen Leben. Das tun könnt, was Jesus auch euch angetan hat. Du bist Petrus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Also wir haben jetzt studiert, Jesus ist das Fundament der Gemeinde. Die Gemeinde hat ein göttliches Fundament. Jesus ist der Eigentümer der Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Und das dritte Merkmal, was wir jetzt anschauen wollen, ist, dass Jesus die Gemeinde baut. Jesus sagt, ich will die Gemeinde bauen. Und das ist so eine kostbare Wahrheit, die wir auch hören müssen, ihr Lieben. Und ich glaube, dass viele Gemeinden auch deswegen ein Problem haben, weil sie ein Stück weit davon abrücken. Lasst es uns heute neu hören. Jesus will seine Gemeinde bauen. Er besteht darauf, dass er seine Gemeinde baut. Wie oft überlegen wir uns Programme oder Ideen und denken, dass ja gerade diese Programme und Ideen oder die Gestaltung des Gottesdienstes das ausschlaggebende Merkmal ist dafür, dass Menschen kommen. Lieben, das ist so ein Trugschluss. Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, dann wird uns klar und deutlich vor Augen geführt, wie Jesus seine Gemeinde baut. Lasst uns kurz in die Apostelgeschichte schauen. Apostelgeschichte Kapitel 2. Ab Vers 14 sehen wir, wie Petrus ja seine gewaltige Predigt hält vor dem Volk Israel. Und die Predigt geht von Vers 14 bis Vers 36 und am Ende von Vers 36 oder Vers 37 sehen wir dann, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus, was sollen wir tun? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Also es ist die Botschaft, ihr Lieben. Die kraftvolle Predigt sorgt dafür, dass es den Menschen zu Herzen geht und sie fragen, was sollen wir tun? In Kapitel 3 geht es so weiter, wo Petrus in der Halle Salomos predigt, ab Vers 12. Und wir sehen dann am Ende der Predigt in Kapitel 4, Vers 4, jetzt habe ich es. Kapitel 4, Vers 4, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf 5000. Also auch hier eine weitere Bestätigung dafür, dass die Botschaft ausschlaggebend ist dafür, wie die Gemeinde wächst. Also Christus baut seine Gemeinde in erster Linie durch die Verkündigung des Evangeliums, ihr Lieben. Und das können wir nicht oft genug hören. Und warum ist das so wichtig? Es kommt nicht auf Programme an oder Ideen, die natürlich auch wichtig sind und wir dürfen uns Gedanken machen, aber in erster Linie kommt es auf die Botschaft des Eigentümers an. Und das ist das Evangelium. Und da, wo Menschen abrücken von der Botschaft des Eigentümers, da verliert das Wachstum an Kraft. Nein, das Evangelium ist die kraftvolle Botschaft, die neues Leben schafft. Und das müssen wir auch heute wieder erneut hören, ihr Lieben, dass das Evangelium Menschen zur Buße treibt und neues Leben schafft, der Menschen aus dem Tod herauszieht und neues Leben generiert. Das Evangelium ist die kraftvolle Botschaft, die Jesus nutzt, um sein Reich zu bauen. Aber nicht nur das, ihr Lieben, sondern Gott baut seine Gemeinde auch durch entsprechende Gaben, die er der Gemeinde gibt. Das sehen wir in Epheser 4, Vers 7, wo wir lesen, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Also Jesus baut seine Gemeinde durch die Botschaft und er baut seine Gemeinde durch die von ihm der Gemeinde zur Verfügung gestellten Gaben. Und so auch ihr, ihr Lieben, ihr lasst euch heute taufen. und ihr könnt gewiss sein, dass Gott auch euch Gaben gibt, die ihr einsetzen dürft, um in seinem Reich, in seiner Gemeinde zu dienen. Die ihr von ihm als unverdientes Geschenk entgegennehmen dürft. Ja, gemäß Gottes Wort ist es sogar so, dass Gott für jeden von euch ein individuell zugeschnürtes Päckchen vorbereitet, was er euch mit auf den Weg gibt, was ihr einsetzen dürft zur Ehre Gottes in dieser Gemeinde, damit er seine Gemeinde auch durch euch weiter baut. Das ist so eine herrliche, kostbare Wahrheit, ihr Lieben. Reich Gottes werden alle benötigt. Reich Gottes gibt es keine Arbeitslosen, sondern er gebraucht jeden einzelnen Gläubigen, um in seiner Gemeinde zu bauen. und wir dürfen auch einander helfen, ihr Lieben. Gemeinde lebt davon, dass wir auch einander dienen. Dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wenn jemand Hilfe braucht, wenn jemand krank ist, dann dürfen wir ihn besuchen. Wenn es jemand mangelt, dürfen wir ihm ganz praktisch helfen, ob es die Eier sind, die wir vorbeifahren oder der Liter Milch, den wir fürs Backen zur Verfügung stellen oder die Werkzeugkiste, die wir ausleihen. Wir dürfen einander Gutes tun. Das ist die Berufung der Gemeinde. Hier pulsiert die Liebe Gottes. Also Jesus baut seine Gemeinde durch sein Wort und die entsprechend zur Verfügung gestellten Gaben, die ihr gerne treu einsetzen dürft. In dem Maß, wie Christus es euch gibt, ihr Lieben. Das letzte Merkmal, was wir in diesem kostbaren Vers aus Matthäus 16, 18 sehen, ist, also Jesus sagt, ich will meine Gemeinde, also du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Also Jesus ist das Fundament, Jesus ist der Eigentümer und Jesus baut seine, er ist der Erbauer der Gemeinde und der vierte Punkt, das vierte Merkmal, Jesus führt seine Gemeinde in die Ewigkeit. Was für ein wunderbares Merkmal das doch ist, ihr Lieben. Wenn wir darüber nachdenken, also Jesus sagte ja, die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Lieben, keiner redet gerne über den Tod. Am liebsten verbannen wir ihn so aus unseren Gedanken. Am liebsten wollen wir das gar nicht wissen, aber die Sterberate, ihr Lieben, liegt immer noch bei 100%. Was sagt Gottes Wort über den Tod? Der Tod ist keine Illusion, er ist real. Er ist eine Realität, der du heute auch in die Augen schauen musst. Gottes Wort sagt uns, dass es dem Mensch dazu bestimmt ist, einmal zu leben und danach kommt das Gericht. Der Mensch besteht aus zwei Bestandteilen, das ist der Geist und der Leib. Wenn der Mensch stirbt, dann trennt sich der Geist von dem Leib. Der Leib wird beerdigt, wird zu Staub und der Geist kommt in einen Zwischenzustand. Und was passiert in diesem Zwischenzustand, ihr Lieben? Und hier macht die Bibel einen Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Der Zwischenzustand der Ungläubigen, den sehen wir zum Beispiel in Lukas Kapitel 16, wo ein reicher Mann und der arme Lazarus miteinander Gemeinschaft haben. Der arme Lazarus ist krank, ihm geht es sehr, sehr schlimm. Und der Reiche, er schert sich nicht um ihn. Der Reiche lebt sein Leben, aber irgendwann kommt er eben in diesen Zwischenzustand und er kommt in das Totenreich, das ist das sogenannte Hades, das Totenreich und wir sehen aus Lukas 16, dass das ein sehr trostloser Ort voller Schmerzen ist, voller mit Erinnerungsvermögen auch, man kann kommunizieren, bevor dann das endgültige Ende kommt und wir in der absoluten Ewigkeit dann auch sein werden und wir sehen, dass dieser trostlose Zustand ja Schmerzen bereitet dem Lazarus dem reichen Mann, der am liebsten auch seine Angehörigen von Lazarus und seinen Freunden warnen lassen will, sodass sie eben nicht an diesen furchtbaren Ort kommen. Lieben, was sagt Jesus über Gläubige? Die Pforten des Hades werden die Gemeinde nicht überwältigen und das ist so eine kostbare Wahrheit, ihr Lieben, dass die Gemeinde vor diesem schrecklichen Ort bewahrt bleibt. Ja, Gemeinde, ja die Macht des Todes hört genau bei der Gemeinde auf, während alles außerhalb der Gemeinde von dem Tod verzehrt wird und der Tod ist wie ein gieriges Biest Biest, was alles auffrisst, aber nicht die Gemeinde, sondern Jesus sagt hier, dass die Pforten des Totenreiches die Gemeinde nicht überwältigen werden und das ist so eine herrliche Wahrheit, die wir auch in Hebräer 2, Vers 14 lesen, Christus hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel, die Macht des Teufels ist für Gläubige, die zur Gemeinde gehören gebrochen, sodass wir eben nicht mehr in diesen Hades in das Totenreich kommen, sondern und das ist so eine herrliche Wahrheit, wir werden nach der Trennung von Leib und Geist wird der Geist der Gläubigen direkt in die Gegenwart von Jesus kommen. Das sehen wir zum Beispiel bei dem Schecher am Kreuz, der Buße getan hat und der Jesus gefragt hat, Herr, gedenke doch an mich und Jesus sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das sehen wir auch bei Stephanus, als er gesteinigt wurde und der Himmel sich auftat und er Jesus sah und er sagte, Herr, nimm meinen Geist auf. Und so kam auch Stephanus nach seiner Steinigung direkt in die Gegenwart von Jesus. Und das ist so eine trostvolle Wahrheit, ihr Lieben. Auch meine Oma ist kürzlich verstorben oder unsere Oma, die Mama von meinem Papa und es ist so eine wunderbare Wahrheit, dass wir wissen, sie ist jetzt nicht nirgendwo, sondern sie ist bei Jesus. So lasst doch auch euch, ihr Lieben Teuflinge sagen, Jesus hat euch neues Leben geschenkt. Er hat euch geliebt und er stellt euch in die Gemeinde auf dieses wunderbare göttliche Fundament, er begabt euch, damit ihr euch einbringt und ihr, so wie alle Gläubigen dürfen wissen, dass wir in alle Ewigkeit mit Jesus vereint sein werden. Im Moment, wenn wir unsere Augen hier zumachen, wenn der letzte Herzschlag geschlagen ist und der letzte Atemzug getan ist, so wird die Gemeinde der Gläubigen in direkter Gemeinschaft mit Jesus sein. Ist das nicht herrlich? Wie merken wir, wie kostbar die Gemeinde ist? Offenbarung 14, Vers 13 sagt uns, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben. Von nun an, ja, spricht der Geist, sie sollen Ruhen von ihren Mühen. Die Toten, die im Herrn sterben, werden direkt bei Jesus sein. Und das ist so eine wunderbare, kostbare Wahrheit. Und das macht die Gemeinde zu der sichersten Einrichtung auf Planet Erde. Die sicherste Einrichtung. So lasst doch auch euch sagen, die Gesellschaft ist so geprägt von Zukunftsängsten. Wir wissen nicht, was kommt. Wenn wir die politischen Unsicherheiten uns alleine schon vor Augen führen. Wenn wir uns vor Augen führen, wie viel Krankheit, wie viel Not es gibt, wie viel Leid, wie die Sünde des lebenden Menschen kaputt macht, wir als Gemeinde dürfen wissen, wir sind sicher, weil wir in Christus sind. Und wir sind so reich beschenkt, ihr Lieben, sodass natürlich male ich jetzt hier so ein Stück eine heile Welt, aber wir wissen, die Gemeinde ist natürlich auch angegriffen und angefochten. Auch wenn wir von der Macht der Sünde befreit sind, ist es immer noch so, dass wir den Einfluss der Sünde in unserem Leben auch haben. Und die Gemeinde ist auch der angefochtenste Ort der Erde, wo der Feind versucht, die Gemeinde zu zerstören. Aber was ist der Unterschied? Angenommen, wir werden krank als Gläubige, so dürfen wir wissen, wir haben unser Heil in Christus. Auch wenn wir arm werden, den Job verlieren, irgendwann auch kein Geld mehr haben werden, wir wissen, wir sind überreich beschenkt durch Christus und gesegnet mit allen Reichtümern aus den himmlischen Regionen. Das ist der wahre Reichtum, ihr Lieben. Und auch wenn die Zukunft unsicher ist, dürfen wir wissen, wir sind sicher, weil die Gemeinde Jesu sicher ist. Was wird in zehn Jahren sein? Keiner hat eine Antwort, aber die Gemeinde wird bestehen und sie wird Eigentum Jesu bleiben. So, lasst jedoch sagen, ihr lieben Teuflinge und auch all ihr, die ihr an Christus glaubt, ihr habt ein sicheres Fundament, ihr habt einen göttlichen Eigentümer und ihr habt einen göttlichen Erbauer der Gemeinde, der für eine kraftvolle Entwicklung der Gemeinde sorgt und ihr habt eine sichere Zukunft und wenn ihr heute hier seid und das alles für euch vielleicht neu ist oder ihr glaubt nicht an Gott, nicht an Jesus, das ist für euch alles nur Märchen so lass dir doch sagen wenn dich diese kostbare Wahrheit heute bewegt hat dann denk doch darüber nach und suche doch auch du das Gespräch darüber du kannst wenn du an Christus glaubst und Buße und Vergebung deiner Sünden bittest dafür dass du ohne ihn gelebt hast kannst du heute neues Leben empfangen sodass dir all diese kostbaren Wahrheiten auch zu deiner persönlichen Wahrheit werden wollen wir dem Herrn Danke sagen ihr Lieben für sein kostbares Wort dass er die Gemeinde baut dass er das Fundament ist dass er auch eine sichere Zukunft für die Gemeinde hat weil er sie für die Ewigkeit erkauft hat wir stehen auf zum Gebet Herr Jesus wir danken dir so von ganzem Herzen für dein kostbares Wort dass wir auch heute neu darüber nachdenken durften was Gemeinde ist und wie du dir Gemeinde denkst und wie besonders und wertvoll die Gemeinde auf dieser Erde ist Herr danke dass du uns heute daran erinnert hast und auch diese Wahrheiten vor Augen gemalt hast es ist so wunderbar dein Evangelium zu hören du hast dir die Gemeinde erkauft als dein Eigentum und sie gehört in alle Ewigkeit dir wir wir danken dass du es bist der bis heute neues Leben schenkt und dass wir jetzt auch in die Taufe gehen dürfen und auch Zeugen dessen werden dass du bis heute dein mächtiges Reich baust und diese kraftvolle Entwicklung unaufhörbar weiterläuft dir sei Ehre Jesus dass du dein Werk vorantreibst durch dein mächtiges Evangelium gelobt seist du Jesus Christus unser treuer Herr und Heiland Amen